Ihr Lustige, habt ihr euch jetzt voreinander erschreckt, ja? Oh, Kayli als erster wieder da? Pille Palle Pili, es ist der kleine Kinderkeks, mhm? Oh, du bist aber heute Morgen wieder gut drauf, mein Schatz. Ja, los, geh baden. Mach mal einen Körper. Nee, guckst lieber von unten? Du Micky-Maus. Hast du wieder erfolgreich die Tauben vertrieben, ne? Oh, wo bist du denn? Da. Du scheinst ja ein Monsterspatzki zu sein, mhm? Hm? Erzähl mal. Na gut, dann hat man noch ein bisschen Spaß da unten. Vielleicht traut sich ja einer von den Dicken nochmal. Keiner zu sehen. Ah, doch. Pille Palle Pili. Du kannst ruhig kommen. Kayli Kinderkeks ist ein ganz ein Liebes. Nee, traust du dich noch nicht? Na gut, später vielleicht. Okay. Du bist echt gehärtet. Jetzt klaust du die, die für JJ da unten liegen, ja? Weil der euch immer eure klaut, ja? Ja, dann mach mal. Zwei Dicke. Einer ist schon drin? Nee, liegt daneben noch. Tippi kommt dir helfen. Das ist aber nett, ne? Irgendwie haben wir heute hier verkehrte Welt. Das ist eine ganz schöne Aufgabe da unten, ne? Ja, ja. Und? Kriegst du es gebacken? Ja. Ja. Na, du prima. Da traut sich nicht mal der JJ jetzt runter. Fass ich ja nicht. Bist du kleiner Monsterspatz, hm? Hast du hier alles im Griff? Ah, jetzt geht der noch ein bisschen baden. Na, jetzt wird es spannend. Wie machst du denn das jetzt? Kannst du helfen, Tippi? Oh, aufgegeben? Na, Jumas? Du auch? Delta, du könntest jetzt nochmal dein Glück versuchen. Kinderkeks hat die Wumis aufgegeben. Hm, was meinst du? Hallo, hallo. Werde an der JJ? Traust dich nicht? Hast du Angst, der kommt von quer nochmal angestochen? Na, ihr werdet das schon machen, ne?